Juni, die spielt doch immer GTA, oder? Ja, genau das. Die ist richtiger GTA-Roleplayer. Die spielt immer GTA-Roleplay und macht Banküberfälle. Ah. Ähm. Okay. Ja. Oh mein Gott. Wieso ich? Wieso ich? Das war Rumi. Rumi hat das gemacht. Oh mein Gott. Ich hab's jetzt, hab ich mich auch erschrocken. Du hast es reingepackt. Ja, Juni, du hast auch deinen Jump-Scare. Also. Nein. Was geht, Kumpel? Hast du Sprühfarbe? Äh, was? Mir juckt es danach, öffentliches Eigentum zu zerstören. Was? Was ist dieses Spiel? Sollen wir sein Problem lösen, indem wir die Schnecke umnieten? Oh. 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 Sherry hatte vor, seine Miete zu bezahlen. Oh nein. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, was haben wir getan? Wir haben Jerry umgebracht und er wollte bezahlen. Nein, warum? Wieso tun wir das? Warum tue ich das? Nein. Nein, Jerry, es tut mir so leid. Nein. Es tut mir so unendlich leid. Iso, 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 Lul. Danke für die 100 Bits to Darkness. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Vor allem mit dem Rib. Wen bringt Iso jetzt wieder um? Nein, ich bring niemanden um. Ich bin ganz lieb und nett. Ich wünschte, ich könnte jemanden Berühmtes dazu bringen, unsere Subs in einem Livestream oder so zu essen. Hallo, hallo, hier ich. Gut, ich bin nicht berühmt, aber hallo, ich esse eure Subs. Ich nehme alle Subs entgegen. Ich esse die auch live im Stream. Ich zeige auf mich. Hallo, hier ich. Subs. Kostenlos. Und ich bewerte die auch gut. Versprochen. Was denn? Nur wahre Fans, die mich mit Subs der Stufe 3 unterstellen, halten Zugang als Zugang. Es wäre nicht fertig, um Sachen drin zu lassen. Wie im echten Leben. Das Spiel hier ist, ähm, ja. Oh, da sind... Oh, nein! Oh Gott, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Was soll das Schwert ausrüsten? Ah, nein! Oh Gott. Hallo? Ich kann nichts mehr machen. Hallo? Nein, ich will nicht sterben. Hilfe! Hilfe! Mann! Ich muss noch mal hier raus. Oha. Shoutout mit dem Schwein. Ach du Scheiße. Das ist wirklich ein sehr großes Schwein! Neee! 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 Oh, geh weg! Uh! Aua! Und Juni verteilt Kekse. Das ist nice. Ich habe den Dünner... Dünner? Wieso sage ich immer Dünner? Den Dünger gefunden. Lässt Dinge wie verrückt wachsen. Wofür braucht Bürgermeister Zwiebel den? Tja... Wer hat hier wirklich Dreck am Stecken? Wir oder der Bürgermeister? Hey! Komm, ey! Lützt du das für die Rübe ab? Ja! Na gut, hier! Aber denk dran! Du hast mich nie gesehen! Was zum... Ist das illegal? Aua! Au! Aua! Autsch! Aua! 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 Danke fürs Pata! Aua! Da! Wie süß! Wie süß ist das denn? Hahaha! Ein Mandarinenhund! So cute! Wupp! 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 Leute! Es ist die Jojo-Referenz! Ich sehe es schon hier an den Dingern, die aufsteigen! Aua! Es ist die Jojo-Referenz! Jetzt muss ich... Moment, 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 Moment! Das... Das müssen wir entsprechend untermalen. Im Ton. Sonst macht das keinen Sinn. Bei mir, sonst scandieren wir sie. Auf Schauen... 件事情... Aua! kiijer Aua! Komplслиk Okay. Okay, das müsste ich machen, sonst wäre es... Gut, dann haben wir das auch erledigt. Okay. mehr hatte er auch nicht zu sagen. Dankeschön! Ja, du hast sie gefunden. Party, Party! Vielen Dank! Nimm meinen Hocker. Das ist buchstäblich das Einzige, was ich besitze. Okay. Dieses Mal kann sie nicht entkommen. Nicht, wenn sie auf meinem Kopf sitzt. Okay, und dann, wo der Hocker ist, ähm... Ja, sie, vor allem, sie kam hier rein, so miau, miau, miau. Und dann, während sie noch miau, miau, miau macht, geht sie wieder raus. So, okay. Danke fürs Bescheid sagen. Auf Wiedersehen. So ungefähr. Sie möchte wahrscheinlich essen. Nee, hat sie schon bekommen. Mega niedlich, ja. Und ich muss es zerreißen. Ich kann hier nicht raus, ohne es zu zerreißen. Ich will es aber nicht zerreißen. Aber man kommt hier nicht mehr weg. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich muss es zerreißen. Es tut mir so leid. Ich muss das süße Bild zerreißen. Und ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Waifu. Ich habe die Errungenschaft Waifu freigeschaltet. Streamer verwirren ist mein Job. Ja, da hast du es bei mir nicht so schwer. Das ist eine Portal-Anspielung, Leute. Es ist einfach eine Portal-Anspielung. Sekunde. Isu! Hallo! Dankeschön! Danke für euren Raid! Willkommen! Dankeschön! Angriff der Isu-Army! Oh nein! Schön, dass ihr da seid! Willkommen, willkommen, ihr Lieben! Ich freue mich, dass ihr reinschaut! Hallo! Der war richtig lustig. Isu killt lauter Bunnies. Moment, was? Hallo? Entschuldigung, was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Jetzt muss ich mal runterscrollen. Wer hat hier wen umgebracht? Isu hat Häschen umgebracht. Da müssen wir nochmal drüber reden. Haben Kaninchen getötet? Ich weiß nicht, war das der richtige Raid-Ord? Wolltet ihr wirklich hierher, wenn ihr davor ein Kaninchen getötet habt? Da, 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 da! Untertitelung des ZDF, 2020